Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Heute gibt es ein Draft-Battle und der Verlierer löscht seinen FIFA 22-Verein. Ist doch ein Bitter, weil das FIFA geht schon noch ein paar Wochen und man hat dann einfach keinen Verein mehr. Man muss abchecken, dass man irgendwie nochmal einen Spieler und sowas rankommt. Und zum anderen ist es auch mal geil, so auf seinen Accounts zurückzublicken, wenn FIFA vorbei ist. Irgendwann Retro-Videos zum FIFA 22 aufziehen, dann hat man hier auch keinen Account mehr. Also ist schon nicht so geil, den Verein zu löschen, der Gegner ist heute Ensa. Ja Leute, was ich glaube, ich bin heute auf jeden Fall auch am Start und wie Danny meinte, es tut ehrlich weh, ohne auch viel zu reden. Ich würde sagen, let's go. Ja Mann, ihr seht, unsere Teams sind hier gerade leer, aber wir können einfach durch den Verein gehen. Ich gehe mal als erstes durch, was ich so im Verein rumliegen habe. CR7 Shapeshifter ist hier, Mbappé als Tots, was haben wir hier sonst noch mit dabei? Ein paar SBC-Karts, Ronaldinho-Moments, Messi, ja keine Ahnung man, ehrlich, diese Flashback-Karten und so, Food-Captain-Karten, Sachen, die man gar nicht wiederkriegen kann. Also der Verein ist ziemlich zackt und hier geht es nicht darum, eine Karte zu diskarten, sondern seinen ganzen Verein zu löschen. Was hast du so bei dir für Spieler? Also ich habe Ronaldo-Toti, Pelé mit, Kanté-Toti. Also ich glaube, deins ist sogar ein bisschen besser, aber tut trotzdem weh, so den Hauterkont zu löschen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt ein Draft-Battle. Am Ende, ja, wenn einer eine 193 hat, der andere eine 192 diskartet, der mit dem niedrigeren Rating. Wenn wir das gleiche Rating haben, dann entscheidet, wer den besten Spieler hat. Wenn einer ein 99er im Team hat und der andere keine 99er, sondern nur ein 98er, dann diskartet der, der halt die schlechteren Spieler hat. Okay, wir gehen rein. Okay, ich würde sagen, wir starten ins Draft rein. Man hat auch gar keinen Zeitdruck oder so. Man kann ganz gemütlich das Draft bauen. Oh, die Formation, die taugt mir auf jeden Fall direkt. Jetzt muss ich A nur gönnen. Was glaubst du, was braucht man, um am Ende zu gewinnen? Ih, was ist das denn für eine Auswahl? Guck mal, Danny, ich schwöre es nicht, ich habe gerade richtig dieses Junge, einfach Anfang FIFA Release. Ist das FIFA 23? Ich habe nur Goldkarten. Ich habe nur Non-Rares. Bruder, mein Captain ging ja noch in Ordnung, aber was machen die jetzt gerade mit mir? Ich wollte gerade sagen, ab 193 hat man wahrscheinlich gewonnen, aber bei den Spielen, die ich hier gerade sehe, ich glaube sogar ab 190 hat man schon gewonnen. Was sind das für die Spieler, die man hier kriegt? Bro, also wenn das so weitergeht, habe ich bei 186 gewonnen. Bruder, was sind das für Spieler, Mann? Das Ganze hätten eine Special-Gart dazwischen. Hä, die wollen, dass wir... Ja, oh mein Gott. Petri hat zwei Millionen Special-Karten, aber ich ziehe die Goldkarte. Baba. Oh mein Gott. Stark, okay. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache, ehrlich. Ich brauche halt auch Rating, aber ich kann doch nicht solche Gurken mitnehmen, Mann. Das ist so ein Passballer. Alles Gute, der schlechteste Draft, was ich letzten Montag gesehen habe, und das bei so einer Challenge, natürlich. Ich glaube, bei mir ist wieder gut. Es geht rauf. Es geht auch wieder rauf. Petri, hattest du gesagt? Oh, ich habe ihn als 96er. Und du? Ich habe ihn nicht genommen. Ich habe ihn danach als 93er bekommen. Ah, fuck. Ja, okay. Scheiße. Ich muss hier in eine andere Liga gehen, oder? Boah, da gehe ich mit Spanien. Ah, das Ding ist, wenn man am Ende nicht auf Fullcam kommt, dann kann man halt auch schon direkt Schüß zu seinem Verein sagen. Also Schüß ist wirklich, glaube ich, das Wichtigste am Anfang. Ja. Da muss man dann immer safe sein. Oh, bitte gib mir eine Bundesliga. Hier, bitte, bitte um eine Bundesliga, bitte. Junge! Ah, wobei, hier ist Bundesliga, aber der ist halt echt nicht nice. Junge, ich zieh Palouis. Der ist älter als mein Vater, Mann. Einfach, der hat 48 Tempo und eine Glatze und ist, glaube ich, 60 Jahre alt, Mann. Boah, ich habe keinen einzigen Keeper, der auch nur einen Link bringt. Ja, das war es dann auch schon mit meinem Verein, würde ich sagen. Also, das ist gerade sehr bodenlos. Ich habe heute gar kein Premier League gerade. Ey, das ist krank. Wunderlich, nein. Ey, das ist so schlimm gerade, ohne Spaß. Also, der Endverteidiger muss weg und ich brauche auch einen Keeper. Ich brauche Kimpembo oder so, der wird das richtig retten. Oder Marquinhos. Hatte ich den nicht gefunden. Oh mein Gott. Bra. Ich bin gleich schon auf der Ersatzbank, ne? Ich habe Startelf-Reserve durch. Das ist geistlich schlecht. Ich bin jetzt richtig am Skippen. Ja, bei mir ist es auch schwierig, sage ich dir ehrlich. Bei mir sieht es auch nicht gut aus. Was für Spieler, Mann! Ne, nur noch die Bank. Rating sie kacke aus mit der Chemie, war es das. Ja, Junge, jetzt gehen wir weiter so. Einfach, ich bin mit dem Team fertig und ich glaube, da bin ich nicht bei 25 plus. Scheiße. Kann ich den nicht hier nehmen, ja? Aber ich brauche, glaube ich, einen linken Flügel aus der Premier League kommen. Fast. Wichtiger. Wichtiger. Wichtig, wichtig, wichtig. Ne, ich brauche einen, wenn ich einen passenden Innenverteidiger kriege, bin ich wieder da. Warte mal, Mokkieler. Ich bin bei Leipzig. Ey, der Typ hat mir gerade alles gerettet. Wenn ich später noch einen Bundesliga-Keeper kriege. Karim de Joui. Plus zwei. Plus drei. Gib mir einfach einen Bundesliga-Keeper jetzt. Mach keinen Auge lohnt. Scheiße. Oh, plus sechs. Aber warte mal, vielleicht kriege ich Flügel hin. Der Rechtsverteidiger ist ein Gorki. Ich brauche einen Bundesliga-Rechtsverteidiger. Das können die auch nicht... Oh, ja, Mann, das ist ein Bundesliga-Rechtsverteidiger. Okay, okay, okay. Okay, zack. 100 Chemie. Nein. Ey, ich habe die 100 Chemie, glaube ich, nicht mal. Vielleicht war ich so weit weg von den 100 Chemie. Ich weiß nicht, wie ich die gerade zusammenbekommen habe. Nein, mit irgendwelchen Krampflinks und so. Bodenlos, bodenlos. Alter, ich glaube, ich schaue nicht, dass du 100 Chemie. So ein Scheiß-Team, ne? So ein Scheiß-Team. Ich schwöre. Geisteskrank. Ich glaube, das wird 183 gegen 183. Nein, nein, nein. Ich habe mindestens 190. Das kann ich dir schon mal sagen, um ein bisschen Druck zu machen. Niemals. Doch, doch, doch. Unter 190 rutsche ich nicht mehr. Ne, ist safe. Vielleicht gehe ich sogar hoch. Muss ich ein bisschen Druck machen. Komm, 191 ist sogar gut, glaube ich, heute. Ja! Vielleicht verarschst du mich auch, deswegen. Oh, die Züge, auch so eine Legende, Mann. Oh, Scheiße. Also, ich sage dir ehrlich, wenn man dieses Draft mit FIFA Anfang Release vergleicht, ist einfach kein Unterschied. Okay, ich sage mal so, mein Spiel ist jetzt nicht geil, aber keine Ahnung, ich habe es irgendwie auf volle Chemie geschafft, obwohl ich hier so ein Hybrid gebaut habe. Digga, ich habe kein Icon, ne? Trotzdem habe ich Hybrid aus Französisch-Liga, Spanisch-Liga, Deutsche-Liga, Belgische-Liga und Italienische-Liga. Ich habe fünf Ligen-Heinbüse mit 100 Chemie. Was? Er macht richtig ernst, Mann. Was ist das? Ich habe eine Liga, Bro. Ich habe eine Liga. Und trotz für die volle Chemie, ich schäm dich. Das geht doch gar nicht. Ey, Bro, das ist wohnlos, Digga. Weißt du, wer mein Liga-Infverteidiger ist? Nö. PabloMarie76, der hat doch nie in mein Leben gehört. Boah, der kommt hart. Ich sage mal so, ich werde hier bei mir auch nichts mehr ändern können. Das ist eine klare Angelegenheit, so. Naja, ich glaube, beim Team bleibt. Boah, tut trotzdem weh, Schuhe tut so weh, Mann. Hast du keine Chance mehr jetzt voranzukommen, oder was? Du hast noch Manager vor dir, du hast noch alles vor dir. Manager, ob du am Ende gemeinsam hast, ne? Ja, 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 guck mal. Also Chemie habe ich, Chemie habe ich. Bewertung bin ich gespannt. Oh, okay. Stell dir mal vor, ich habe am Ende so 195. Du machst doch selbst. Oh, so. Hä, wie viele Spieler musst du denn noch abholen? Also ich bin schon fertig. Ich versuche halt irgendwie die Bewertung draufzuholen. Irgendwas zu dribbeln, wenn das geht. Okay, dann, na, na ja, ich bin ganz durch. Ich warte nur auf dich, mache einen kurzen Cut und dann schaue mir, was du rausgeholt hast. So, Freunde, ich habe wirklich alles versucht. Mehr ging nicht, mehr ging nicht. Vielleicht, vielleicht habe ich Glück. Sag mal, wenn wir den Manager abholen sollen, Benni. Okay, wir merken uns beide kurz, wer der höchst bewertetste Spieler in unserem Team ist, falls wir Gleichstand haben. Boah, bei mir ist es wirklich der. Ich glaube, damit sehe ich nicht so viel Stich. Okay. Lass den Manager abholen, sobald der Manager da ist, darf man nichts mehr ändern. Okay, okay. 3, 2, 1, okay. So, aber mir ist egal, welchen Manager ich nehme. So, bei mir steht dran, wie viel Rating, Chemie und so ich habe. Nämlich. Okay, guck mal. Lass es uns entspannter machen. Was steht bei dir beim Sturm? Mittelfeld und Verteidigung. Ja, es tut schlecht. 84, 82, 84. Was ist das denn, Digga? Digga, ich habe gewonnen dann. 86, 85 und 82. Ich dachte, dein Team ist wack. Wer ist dein höchstwertester Spieler? 95er. Hey, ich habe 96. Warte mal, wenn wir Gleichstand haben, dann habe ich sogar gewonnen. Nein, aber guck mal, ich habe viel mehr Sturm, viel mehr Mittelfeld. Du hast noch Verteidigung mehr. Ja, aber dafür sind die gut in der Verteidigung. Komm, hast du über 190. Ja, ja, du? Ja, auch. Okay. Hast du über 191? Nein. Hast du? Wie, du hast genau 191 oder was? Ich habe genau 190. 190? Ja, GG. Nice. Mit Verein löschen und so heute. Ey, Digga, wieso machst du so? Er ist kurz leise, man. Und dann lacht er einfach, man. Weil ich dachte, weil ich dachte, jetzt kommt auch mal irgendwas Endskrasses bei dir. Auf einmal doch 190. Was hast du? Ey, 191 und mein Starspieler ist besser als deiner. Also, das war ja nicht mal knapp so von dem her. Oh, ich schwöre. Ich glaube, das war full Premier League Draft. Ey, was ist los mit heute? Mehr Hybrid aus fünf Ligen, alles drum und dran. Weißt du, was noch schlimmer ist? Ich habe noch hier auf der Fairliste, glaube ich, über zwei, drei Millionen Coins. Ach, scheiß doch. Ah, wir gehen einfach mal den Verein löschen. Ich glaube, das hat auch keiner von euch getan. Ja. Warte, geh mal nochmal auf dein Team, geh mal nochmal durch die Spieler, die wir im Verein sind. Also, dass man nochmal sieht. Am Ende Leute sagen, das war auf einmal ein anderer Verein. Das ist die sehen. Das sind immer noch die... Ach, 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 ach... Man weiß nicht. Die sagen so, ja, ich habe doch Schnitt am Anfang vom Video gesehen. Er hat einen neuen Account erstellt. Und so, bruder. Schlau ist immer. Okay. Scheiße. Okay, guck mal, Ronaldo. Du süß. Ja, okay, reicht schon. Ja, okay, die haben gesehen. Jetzt kannst du löschen. Ey, Bro, lass mich schnell Account wechseln, bitte. Hä, hä, hä. Nein, geht nicht. Nie wieder sehen wir diesen Account. Nie wieder. Ihr seht den Namen links oben. Den seht ihr nie wieder. Juri, da sind noch 25 Points drauf. Das ist gutes Geld, Alter. Einfach 25 Cent oder so. Kranke. Egal, wo man spart, wo man sparen kann. Nee. So, sieben, zwei, zwei, acht. Und der Verein ist... Verein löschen ist doll. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Verein gelöscht, diese Zahlen eingeben und auf Absenden drücken und auf einmal ist man wieder im Startmenü und man hat kein Ultimating mehr. Das ist schon Next Level, ne? Das ist schon wirklich Next Level. Oh, genau. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. 10.000 Likes refresh. War eine coole Challenge. Ich glaube, ich habe noch nie einen dieser Draft Battles verloren, komischerweise. Das ist echt krass, aber ich schon viele gemacht habe. Läuft bei mir. Check Ensa ab, Link ist in der Beschreibung. Abonniert gerne den Kanal und wir sind raus. Macht's gut, ciao. Na drei, ciao.